Hey Leute, was geht? Onkel Mo wieder hier am Start. Ich hoffe, alles cool bei euch. Läuft bei euch. Ja Leute, es ist so, ich bin ja eigentlich täglich live auf YouTube und viele schreiben oder viele kommen in meinen Livestream und sagen, ey Mo, vom Noob zum Pro, die Guides sind einfach so gut gewesen. Also es freut mich sehr. Erstmal danke, dass euch das so sehr gefallen hat. Tado ist auch hier, ich denke, er wird sich auch sehr freuen, dass er das hört. Und ja Leute, wir werden weitermachen. Wir wollen euch Basics zeigen, einfache Sachen zeigen, aber die sehr oft nicht benutzt werden, vergessen werden und die manchmal wirklich ein Spiel entscheiden können. Ja, deswegen auf jeden Fall, wenn ihr das feiert, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst Liebe da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ich sehe, da kommen Likes rein zu diesem Video, werden wir weiter mit der Serie weitermachen. So, Tado ist auch am Start. Tado, ich grüße dich. Hello Sir. Hello Sir, alles gut? Alles gut, Tado, alles gut. So, Leute, Tado auch am Start. Ganz wichtig. Tado auch jeden Fall auf Twitch folgen. Tipp Nummer 1. Was wichtig ist, Leute, es geht um den Brawler Mr. P. Mr. P hat zwei Gadgets. Einmal die Tischklingel, ja, und einmal Gepäckhilfenhilfe. Das zweite Gadget kann manchmal gut sein. Ich finde es persönlich nicht gut. Das erste Gadget ist besser. Zum ersten Gadget gibt es einen Tipp, ja. Es ist kein Bug, es ist bewusst so. Das werde ich euch jetzt zeigen. Wenn ihr Mr. P spielt, ganz wichtig, die erste Star Power und das erste Gadget. Gears würde ich euch bei Mr. P empfehlen. Wenn ihr Power 10 seid, auf jeden Fall als erstes. Damage, dann Map-abhängig. Wenn ihr Wiesen braucht oder Wiesen habt, auf Bounty, Speed. Wenn ihr keine Wiesen habt, Trefferpunkte. Wir starten. Ich möchte euch gerne bei Mr. P was zeigen, was wirklich wichtig sein kann. Let's go. So, wir brauchen unsere Ulti dafür. Wir holen uns unsere Ulti einmal. Okay, wir haben unsere Ulti. So, es geht um folgende Sache. So, unser Pinguin spawnt. Schießt ihr mal an den Pinguin? So, Leute. Und genau jetzt könnt ihr euer Gadget drücken. Es ist wichtig, tötet mal den Pinguin. Okay, tötet mal den Pinguin. So, ihr spawnt jetzt ein neuer Pinguin. Ein neuer Pinguin wird jetzt spawnen. Drückt euer Gadget nicht, wenn ihr volles Leben habt. Wartet, dass euer Pinguin wenig Leben hat. Wenn ein Pinguin kommt, einmal bitte den Pinguin einmal anhitten. Leute, ich zeige euch das. So, der hat 2.100 Leben. Einmal anhitten, bitte. So, und dann machen wir Gadget. Habt ihr das gesehen? Leute, ich hoffe, mein Cutter kann nochmal so ein Slow-Mo machen. Ich hatte 240 Leben. Ich habe Gadget gedrückt. Ich hatte 3.400 Leben. Das ist sehr viel. Das heißt, mein Turret hatte eigentlich 5k Leben. Ja, also ganz wichtig, das Gadget aktivieren, wenn der Pinguin low ist. Ihr müsst schnell sein. Ihr müsst ein Auge dafür haben. Ihr müsst eine Übersicht dafür haben. Wichtiger Tipp. Benutzen sie viele nicht. Bitte denkt daran, benutzt es, wenn ihr Mr. P spielt. Kommen wir zum nächsten Tipp. Okay, Leute. Kommen wir zum zweiten Tipp, der manchmal bei bestimmten Maps sehr spielentscheidend sein kann. Es geht um den neuen Baller Chester. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Ihr wisst es. Chester hat 5 Ultis. Ja, 5 Ultis. Er hat einmal das Knallbonbon, Wunderball, Salmiak, Knisterbrause und scharfe Minze. Ist das so? Wenn ihr euch kurz jetzt fragt, was ist die beste Ulti? Die beste Ulti? Ich habe mit vielen darüber geredet. Viele sagen Wunderball oder Knallbonbon. Genau, Knallbonbon. Eins von den beiden. Ist abhängig. Ist map-abhängig, ist comp-abhängig. Ich bin ein Fan von Wunderball. Ihr könnt einmal 2 Siege und Stunnen. Plus er macht 2.100 Damage. Das ist der Wahnsinn. Aber Knallbonbon ist auch sehr interessant. Dazu kommen wir jetzt zu diesem Brawler. Welche Gears sollte man bei Chester benutzen? Auf jeden Fall Damage. Damage definitiv. Power 10. Nur Damage benutzen. Wenn ihr natürlich Maps habt mit Wiese, natürlich auf Speed gehen, aber sonst bitte Damage. Wenn ihr Power 11 seid, nehmt ihr Damage und Speed, Wenderwiesen, oder Damage und Shield oder Trefferpunkte. Eins von beiden. Das überlasse ich euch. Ich möchte euch was zeigen bei Chester. Ist es wichtig? So, können wir mal gewiefte Wiesen machen? Oder eine Map somit wenden? So, ich hole mir die Ulti. So, ich hole mir mal die Ulti. So, ich habe mir die Ulti geholt. Und ich hätte jetzt aktuell den Heal. Ihr seht es, Mindcutter kann euch so aufmerksam machen mit so einem Pfeil. So, ich werde jetzt sterben. Tötet mich mal bitte, Tadu. Oder einer von beiden. Okay, ich bin tot. Jetzt spawne ich mit einer anderen Ulti. Und das ist jedes Mal dieselbe. Es ist jedes Mal das Knallbonbon. Jedes Mal. Nochmal. Wir machen es nochmal. Ja, ich hätte jetzt das Gift. Tötet mich mal. Sehr schön. Ich sterbe jetzt wieder. Also, ich spawne neu. So, ich spawne neu. Und ihr seht es. Wir haben wieder das Knallbonbon. Wir machen wieder. Ich habe das mal getauscht. Ja, jetzt setze ich den Slow. Aber wir benutzen es nicht. Wir werden wieder sterben. Okay. So, ihr spawnt jetzt wieder mit dem Knallbonbon. So, ihr seht es. So, mir ist wichtig, dass wenn ihr den Brawler spielt und ihr spielt eine Map, die sehr close ist, also close heißt sehr nah ist, zum Beispiel den Superschrand. Und da sind irgendwie Werfer, ja, oder Tanks. Die verstecken sich hinter den Wänden. Dann macht folgendes. Holt eure Ulti. Wirklich spielt aggressiv. Wir werden aggressiv spielen. Unsere Ulti holen, ja. Und dabei auch sterben. Bewusst. Aber wir wollen unsere Ulti haben. Wir wollen unsere Ulti haben. So, jetzt werden wir sterben, weil wir hier gerusht sind. Wir werden sterben. So, okay. Wir hätten das dann. Die Stun-Ulti. Die ist sehr gut, aber die wollen wir nicht. Wir wollen die Ulti haben, die die Map aufmacht. Und dann können wir uns das ein bisschen einfacher machen. So, dann machen wir hier auf. So, und dann ist es schon mal für uns ein bisschen einfacher. Natürlich solltet ihr nicht reingehen und sterben. Aber ihr könnt, wenn ihr seht, ihr habt gute Mates, ihr vertraut euren Mates, könnt ihr das riskieren. So, und dann könnt ihr die Map natürlich aufmachen. So, die Map ist eigentlich schon relativ gut offen. Ja, und dann könnt ihr so Combo spielen, wie eine B, Griff, ja. Ihr könnt dann so echt so Brawler spielen. B, Griff, Chester. Mega OP. Eine sehr gute Com. Ja, ihr könnt auch eine Com spielen. Ihr könnt wirklich Long Range spielen. Ihr könnt sagen, Mo, wir wollen Long Range spielen. Wir werden B spielen, Cold spielen, Chester spielen. Könnt ihr alle spielen, dass ihr das einfach nur wisst, dass sowas mit diesem Brawler möglich ist. Jedes Mal, wenn ihr stirbt mit Super, kriegt ihr immer dieselbe Ulti. Und das ist das Knallbonbon. So, das war mir persönlich wichtig, dass ihr das wisst. Kommen wir zum nächsten Tipp. So, es geht weiter, Leute. Tipp Nummer 3. Das wissen viele gar nicht und das tut mir echt sehr weh. Ja, es geht um den Brawler Gaz. Leute, ich möchte euch gerne was zeigen. Ihr wisst es, wenn Gaz viermal hittet, wird dieser Geist gespawnt, ja. So, Tarot, hol dir mal dein Ulti bitte. So, Tarot hat sein Ulti. So, Leute, achtet auf meine Leiste. Seht ihr das? Das heißt, wenn ich auf Sachen schieße, die spawnen, Pinguin oder die Tickbombe. Ihr seht es, ja. So, ihr seht es, die Bar lädt sich und jetzt wäre wieder ein Geist da. Geh mal zum Gadget, Tarot. Zu meinem Dingsgeist. Zack. Ganz wichtig, für welche Tarots gilt das? Leute, Jesse Tarot. Tick, also Tickbombe. Mr. Pinguin. Wissen viele nicht. Einfach for free da reinschießen, dass sich die Leiste unten für den Geist lädt und ihr später einfach mal random euer Gadget zippen könnt, wo ihr dann jemanden tötet. Wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig wichtig. Bitte denkt daran, benutzt es. So, kommen wir zum letzten Tipp. Es geht um den neuen Brawler Grey. Den Tipp haben wir von Taro. Ich habe den Brawler noch nicht so viel gespielt. Es ist ein sehr guter Brawler. Taro, wie findest du Grey? Ja, ich muss sagen, er wird momentan so ein bisschen von Chester noch, ich sag mal, outshined. Also Chester ist immer noch stärker, aber Grey hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und eine sehr spannende Mechanik mit den Teleportern. Leute, kommen wir zum Teleportern. Das möchte ich euch auch zeigen. Es geht los. So, wir machen wieder. Wir nehmen mal eine offene Map. Okay, Leute, wir zeigen euch was Wichtiges. Kann manchmal spielentscheidend sein. So, wir haben uns die Ulti geholt. Erste Sache. Wir haben jetzt ein falsches Beispiel gemacht. Man hätte vielleicht so einen Buster oder so nehmen können. So, wir gehen beide rüber. Ihr seht es. Wir gehen beide rüber. Das ist wichtig. Wir sind beide rübergegangen. Dann gibt es eine Sache, die man wissen muss. So, er hat, genau, ihr habt es gesehen. Der Red hat den Teleporter jetzt aktiviert. Ich kann jetzt rübergehen, ja. Der Teleporter muss immer einmal getriggert werden. So, er ist jetzt getriggert. Ihr seht es. Er hat geleuchtet. Er leuchtet. Er ist getriggert. Wir gehen rüber. So, jetzt ist er wieder getriggert. Er muss einmal getriggert werden. So wie jetzt. So, was ich damit sagen will ist, ich möchte das jetzt gerne mal zeigen. Wenn ihr wisst, dass eure Mates spawnen. Tadu, komm jetzt rein. Geh rein. Ihr könnt für eure Mates, wenn ihr so random da vorbeiläuft, den Teleporter aktivieren. Ihr müsst darauf achten, ob ihr es macht oder nicht. Macht es manchmal. Es ist wichtig. So, er ist wieder aktiviert. So, dann kann euer Mates einfach von hinten kommen und den Teleporter benutzen. So, dann noch eine andere Sache. Ihr könnt so eine Double-Ulti machen mit dem Teleporter. Das heißt, Tadu hat den aktiviert. Wir gehen einmal hier rein. Wir gehen rein und dann könnte man in der Zeit nochmal einen Teleporter benutzen. Also, ihr könnt quasi Teleporter mit Ulti benutzen. So, ich zeige es euch nochmal. Wir gehen rein. Zack, zack. Ihr seht es, wie schnell wir hier angekommen sind. Wahnsinn. Der Brawler ist mega nice. Und das Krasse bei diesem Brawler ist, Leute, wenn der Gegner low ist. Zum Beispiel, mach mal die Ulti. So, ihr seht es. Ja, Wahnsinn. Er kann vor vielen escapen, also ausweichen, ausbrechen. Ja, Wahnsinn. Und das war das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Leute, ganz wichtig. Tadu hat sich sehr viel Mühe gegeben. Wie ist das mit Tadu durchgegangen? Wir haben überlegt, was wir machen können. Wenn euch das gefallen hat, das Video, lasst gerne ein Like da. Ja, wir werden demnächst ein Video machen. Was sind die besten Brawler? Was sind die schlechtesten Brawler aktuell im Brawl Stars? Gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Würde ich mich freuen. Tadu ist in der Beschreibung. Ich hoffe, ich denke daran, manchmal vergesse ich das da rein zu tun. Wir sagen Tschüss. Tadu, thank you. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.